Ok Ich bin noch gelernt, ich hoffe nächstes Woche wird besser Aha Ähm, ich habe gedacht, du nimmst gute Videos auf Wie für so ein Gameplay von League of Giants 4 W Also wir haben eine League of Giants Ok, das heißt, ich musste jetzt, äh Achso, das hat er mir geschickt Sehr gut, nice Dann, die wählen League of Giants Gameplay Date mit Video Neine Filter, Stereo Ausgabe Fortsetzen Ey, wir behalten einfach mal die Namen Komm schon, wird gezockt Ähm Ladewitt schon mit Hinweis Sinnloser Kommentar Du hast 20 Kills gemacht Ja, warum kann ich denn nichts mehr auswählen? Nein Ich will doch nur einen Kommentar machen Kacke 15.02 Wenn der Werte es lauf ist Kannst du neue Ausdauerpunkte Skills, Videoclips und weitere Objekte im Laden schalten Klick auf den Erfahrungsbutton Wenn die freigeschränkten Gegenstände ausführlich sehen möchtest Okay Jetzt haben wir nur eine Szene, das ist ja kacke Welcher Fokus Ändern wir mal Video Quality Ja Ja Ja, da konnte ich eben nichts auswählen Irgendwie haben da meine Punkte nicht ausgereicht Äh, hochladen Sehr gut Experienzer Und nochmal Experienzer Und wir haben Karten Professioneller Kommentar Ja, ich muss sagen, wir sind auch noch ein guter Weg hier professionell zu werden So, studieren Was ist denn hier, macht dein Kollege schon wieder her Danke, dass du wieder hochgeladen hast Ich werde einem meiner Freund erzählen, wie gut du da bist Dankeschön Wir werden schon dabei Wo wir schon dabei sind, wusstest du, dass in ein paar Wochen ein sehr wichtiges Spielekonvent ist? Du kannst dich dort mit anderen YouTubern etwas bekannter werden Allerdings kostet das Ticket 100 Euro Hol dir das Geld Und wir gehen zusammen hin Durch das Fall gibt es dort auch ein paar Sonderausgaben von manchen Konsolen Ja, na super So, Schule, bin ich hingegangen Sehr schön, sehr gut, du hast einen Talentpunkt bekommen Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt Den du zum Verbessern und entdecken neue Arten von Videos investieren kannst Komm und nutze deinen neuen Talentpunkten Ähm Was ist das? Erste Eindrücke Haben wir noch mehr? Nein Karten Sammlung So, okay So, Freigeld Das ist ein Talentpunkt Achso, das sind die Punkte die Tablete Hypen Erzähl es rum Komm, wir hypen es Wir hypen es Gehe auf die Convention Gehe auf die Convention Verdiene 100 Euro und bestätige die Unterstützung Ja, ich hab's aber äh So, machen wir nochmal vom ersten Planet Empire Er hat noch ein zweites Niedrige Auflösung Aber jetzt bleiben wir Fortsetzen Das ist Gameplay Nummer 2 Wir haben gleich wieder Hunger Wir haben 7 Lade Spiel Winke in der Begrüßung Äh 1, 2, 3, so rum So, Renderpunkte Wir haben 11 Zufügen Titel wählen Dann haben wir noch 7 Ähm Farbe zuordnen So, und rendern Interesse 42% Videoqualität ist ja nicht Besonders Okay, egal Er ist schon Müde ist er Oh, was ist denn hier mit unserem PC los? Da scheint es als würde ein PC los Ich sollte den Status mal checken Komm, reicht aus Info Reparieren Was geht denn der Computer da so schnell? Wurde er 3 Videos aufgenommen oder 4 So Experienze Experienze Er war Repariert Also wollte ich mir mal einige neue Komponenten im Computer landern sehen Ich konnte einfach Verklick direkt auf Aufrüsten Aufrüsten Und dann kannst du alle möglichen Sachen kaufen Um deine Arbeitsstation aufzuhalten Jede Komponente für sich hat eigene Render.O Man kann auch die Bearbeitungssoftware aufrüsten Um mehr Effekte hinzuzuführen Sehr schön Er war aber keine Kohle Ja Ähm Nur das haben wir Eken Ja, wir könnten uns Aufrüsten Ne, aufrüsten Im Moment nicht Wir müssen Hier Erstmal Spiele Welches Broken World Okay Hier können wir uns umgreifen Alter die Kohle knapp Wir sollten eigentlich Ähm Ja Auf ein Spiel Hau mir beim Spielen zu Und dann Ein Beispiel Und dann halt Öff Spiele Und gleich das neueste Broken World Preview Oder ein Gameplay Preview Ein Filter Seria Ausgabe Ein Filter Eine Arbeitsplatz Okay, können wir erstmal nicht viel machen Open World Preview So Du startest die Aufnahme Winkende Begrüßung Wir winken erstmal mit der Begrüßung So Zeit Bevor das Spiel startet Ein lustiger Kommentar Ähm Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt Freutliche Äußerung So Da hin Da hin Ist das so Ich hab Fokus Ich hab Fokus Okay Start Und Ende Schön Wow Interesse 95% Sehr nice Oh klar Äh Hungrig Essen 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 Und die Mutter jetzt hier nicht meckern Komm Erstmal Oder Die Experienzer Wenn ich als ich in mein Zimmer kam entschied ich mich umzugestalten Oh Einzukaufen Eine Dekoration Oh Das ist ja grad so viel Hier auf einmal alles Äh Du sollst doch futtern Ja Klicke auf mein PC um einzukaufen Ja Klicke auf Dekorationsladen Ikea Ikea Ähm Ja komm Nehmen wir Einen Papierkorb Damit die hier alle glücklich sind Wir müssen hier jetzt mal echt was essen So Okay Zustellung Okay Prüfungstermin Das ist eine Firma Ich glaube ich dass wir das schaffen So schön Papierkorb Sehr schön Haben wir unser Zimmer mal extrem umgestaltet So äh Schule Studieren Karten Ernster Kommentar Und Lustige Begrüßung Lustige Begrüßung So wie sieht's denn hier aus Zwei Ach das ist aber teuer das Ticket Kann ich denn hier machen Ich kann mich da Chat Das sorgt für Oh Hypen 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 mal Äh Was jetzt so gut war Gut jetzt chatten wir mit Püppi Arbeiten Wir gehen arbeiten Wir gehen arbeiten Komm chatten können wir auch später Sollts hier äh Kohle vernehmen wir bei uns das Ticket kaufen können Ja allein mit Youtube wird man leider nicht reich Ich werde es dir schicken Ok Akzeptieren Komm Schlafen Geh schlummern Du verlierst Abonnenten Sollst du mir was Sau geil Neue Spiel Spiele 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 Ähm Gameplay Schade Spiele 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 So 11, dann kann ich Farbe zuordnen und eine weichen Fokus mal einstellen. Machen wir mal das ohne Titel. Gut, neue Rekorde, das ist auch nicht so schlecht. So, wir haben 4000 Abonnenten und 15.000 Aufrufe. So, hochladen. Wir sehen, dann machen wir noch eins. Und zwar von dem... Broken World. Da haben wir nämlich nur eine Preview gemacht, dann machen wir gleich noch ein Let's Play hinterher. Broken World. Ich glaube, ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. So, meistgesehene Experienze. So, noch eine Karte, was haben wir hier bekommen? Einfach eine Verabschiedung. Unlock... Finden. Ah, was aber denn? Gehen wir noch schlafen? Ja. Gehen wir eine Runde schlafen. Arbeiten. Wir müssen... Arbeiten gehen, damit wir uns ein Kicket kaufen können. Was ist denn die Prüfung? Einladungen skinnen. Ich möchte einladungen skinnen. Kommst du mit? Okay. So, zieh dich um. Kleidung ändern. Ähm... Ja... Komm schon. Gelbes T-Shirt. Und... Die kleine Hose. Und die Schuhe. Machen wir... Grün. Wir müssen weggehen. So, wir hypen das. Oh. Da war nichts mehr mit hypen. Jetzt gehen wir ins Kino, oder? Yeah. Yeah. Ja. Reden. 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 Was sagst du? 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 Echt? Mann. So. Blöcken. Na. Nimm einen. Ein Geschenkchen. Tada. Tada. Alter, lass mal da meine Püppi in Ruhe. Ich bin da gerade am Flott mit ihr. Okay. Mit welcher wollten wir uns eigentlich treffen? Mit... Mit dir, oder was? Komm, wir reden noch ein bisschen. Aha. Ha. 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 Blablabla. 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 So viel ansehen. Level 3 Payton. Einladen. Kann nicht mehr Leute einladen. Okay, dann gehen wir mal hier... Äh... ...Poto? Für Presse posieren. Sehr geil. Okay, du hast genug posiert. Du kannst nun gehen. Niemand kennt dich. Was? Geh in den Saal. So, kurz für die Presse posiert. Ah, hier sind aber nicht gerade viele Leute. Wo sollen wir sitzen? Ähm... Gibt's denn hier so einen Doppelsitz? Warum? Warum? Ich sitze. Komm schon, Pippi. Ich nehme mich. Du kannst hier irgendwie Händchen halten. Reden. Reden. Ja, werden wir uns diesen komischen Film noch angucken. Ja, komm, wir reden noch ein bisschen. Und dann gehört die Baldur. So, geredet. Haben wir mit ihr? Ach, Mode. Hä? Ich. Oli Lama. Gaming 3. Einkommen. 28 Dollar haben wir verdient. Äh... Wir haben hier... Okay. So, Karten. Ja, nur... Äh... Okay, vor einer der Zeit habe ich Unholy Writing auf meiner Nice Soft Setbox gespielt. Schön für dich. Red Kung Fu from Outer Space war ein totaler Flop. Alter, was ist denn hier? Ich bevorzuge meistens Spiele aus dem Jump'n'Run-Gender. Momentan verbringe ich viel Zeit mit Red Hawk Elevator. Ja, da kann's doch hin. Okay, genug. Alter, die ist hier komisch drauf. So. Schau mir. Okay, Experienze. Hey, wir können wieder einen Punkt. So. Was haben wir denn? Jump'n'Run. Äh... 10% mehr Likes. Ja, wir wollen mehr Likes. Wir wollen mehr Likes. Wir wollen mehr Likes. Was haben wir hier? Sagt natürlich mal... Review. Watch out. Äh... Sechs Mal. Pflicht falsch. Ja, ich glaube ich muss noch mal lernen hier, bevor ich hier äh... studiere. Dann hypen wir dich noch. Dann hypen wir dich noch. So. Mommi, was ist denn los hier? Ich war doch gerade in der Schule. Alter, wie ist das hier denn drauf? Also, wir gehen jetzt arbeiten. Ich bin jetzt da. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020